Für die frühere Tennis-Starspielerin Anna Ivanovic und Fußball-Legende Bastian Schweinsteiger steht im Alltag viel auf dem Programm. Die beiden sind nicht nur beruflich viel unterwegs, sondern auch privat ist mit ihren beiden Söhnen viel los. Anna verrät im Interview mit BILD, wie der Alltag in ihrem Zuhause bei Kitzböhl aussieht. Ich mache morgens erst die Kinder für den Kindergarten fertig, ziehe sie an und bereite ihre Snackboxen vor. Basti fährt die Kinder danach zur Kita, so Anna im Interview. Wenn die Kleinen aus dem Haus sind, hat das Paar dann endlich Zeit für sich. Jedoch auch nicht zu lange. Die einzige lange freie Zeit sei, wenn die Kinder schlafen. Wie bei jeder Mutter. Trotzdem ist es uns wichtig, dass wir immer für unsere Kinder da sind, erzählt Anna der Zeitung abschließend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Boge. Hier ist Angelesебre. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.